Nur ein einziger Punkt stand auf der Tagesordnung, der schnell zusammengerufenen Sitzung des Hohen Rats in Jerusalem. Was tun wir gegen das Zeugnis der Jesusjünger? Der weise Gamaliel gab den Rat, abwarten, was daraus wird. Man kann darüber streiten, ob es ein guter oder schlechter Rat war. Eindrücklich aber ist in der Rede des Gamaliel die panische Furcht, man könne gegen Gott streiten. Wenn doch diese Furcht auch bei uns wäre. Wieder Gott streiten Ganz vorne in der Bibel wird berichtet, wie die Menschen anfingen, wieder Gott zu streiten. Sie bauten den Turm zu Babel, dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll. Und die Offenbarung des Johannes schildert uns den letzten großen Versuch der Menschen, die Erlösung der Welt in eigener Regie zu nehmen. Das sieht dann so aus. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden versammelt, Streit zu halten mit Christus. Zwischen diesen beiden Geschichten liegt das, was wir Weltgeschichte nennen. Ein beständiges Streiten wie der Gott. Wie oft sind wir daran beteiligt? Da ist unser Unzufriedensein mit seiner Führung. Da ist unser Sündigen und Aufbegehren gegen seine Gebote. Streiten wie der Gott. Auf diesen Hintergrund muss man den Ruf des Evangeliums hören. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Kreuz Jesu auf Golgatha ist Gottes ausgestreckte Friedenshand. Jetzt gilt es nicht nur einzuschlagen in diese Hand. Das wäre zu wenig. Bergen dürfen wir uns darin mit unserem bösen, trotzigen Herzen. Herr, wir danken dir, dass du Frieden gemacht hast. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus gesntert. Ich kann dirASen. Vielen Dank.